Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Josef, du großer Helfer in allen Sorgen und Anliegen, dich rufen wir an um deine Fürbitte und deinen Beistand in dieser Zeit der Not der Corona-Epidemie. Stehe den Kranken und den Pflegekräften bei. Stehe uns allen bei in den Sorgen um unser soziales und wirtschaftliches Auskommen. Wir rufen zu dir um deine Fürbitte am Thron der göttlichen Barmherzigkeit. Bitte für uns, zeige, dass du uns Nährvater und Helfer bist. Amen. Und so segne auf die Fürsprache des Heiligen Josef alle Kranken, alle, die sich in irgendeiner Weise um sie bemühen, alle, die Angst haben, alle, die Halt suchen und uns alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Amen.